Das sind alles nur die Schnitte, die Schablonen für laufende Produktion und Schuss. Also all das brauchen wir aktuell noch, um Kostüme zu produzieren. Und da sieht man einmal mehr, in welcher Bandbreite und Vielfalt wir hier eigentlich unterwegs sind. Und wenn Sie die Augen nochmal schweifen lassen, diese Kostümständer, die überall stehen, es ist halt wirklich von allem was dabei, was man nicht vorstellen kann. Also wir haben tatsächlich auch die Cowboy und Indiana, wir haben die Königin, wir haben Romeo und Julia, wir haben, der eine oder andere hat von dem Fittingraum gesehen, als er da reingespickt hat, wir haben Lederschoß von Dingen mit Abenteilern, Dinge mit Stratzen und das alles hat verschiedene Techniken, das alles hat verschiedene Stocke, wir haben Schoß teilweise nur auf einem Schiff, wir halten es also extra nur auf einem Schiff vor und machen so große Sachen über die ganze Bandbreite. Das heißt, die Vielfalt einfach machen.